wo gerade noch den Weltuntergang enttrauen Köln ja das Wasser hinter uns aber das Wasser drängt da ist glaubten soll man anfangen die Schnee kalt 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 um als die Internetanleitung zu dieser anderen Welt war wirklich hilfreich ja das war ja auch das Abbau und kann es auch richtig also die Schlecht wie sie in der Inhalte nur die Grafik man kann auch als Holz auf einmal Holzbretter machen wie geht das ja und das ist nur richtig gerne Anleitung wo ist das weiter ob ich das schaffe ich würde versuchen du machst dir noch weh am Schluss das ist doch kalt geh da wieder rein der Typ hat uns glaube ich empfohlen zuerst ganz viel Holz zu sammeln ja welches Holz ah da drüben ist noch ein Baum ich muss versuchen mir ohne Schmupfen zu holen darüber zu holen zu rennen wir brauchen langsam mal Klamotten ja ne also nicht so Sommerklamotten theoretisch könnten wir uns ja auch mal Leder irgendwie holen keine Ahnung Leder von Kühen keine Ahnung vielleicht ja er hat gesagt es geht auch ganz einfach sich alles hier abzufahren und sowas ja 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 guck mal irgendwie viel schneller vielleicht geht dann auch dieser höre Schnee weg viel viel schneller ja hoffen wir es mal ne ja kalt was denn ja Schnee ist kalt nicht gemerkt ja ich hab ein ich hab auch nur ein T-Shirt an also ja ich auch ich hab jetzt 36 Holzbretter schon ich hab 28 hier ist ein großer riesiger Baum ah guck mal ich bin gerade mal auf einen draufgesprungen weißt du noch da wo wir Möhr waren am Anfang ganz am Anfang da neben und ist in der Nähe ein riesiger Baum ach der Mann ist das kalt ja da stehe ich unten drunter hier können wir anfangen lustig der Baum hat einen Apfel fallen lassen und so einen anderen Baum hey komm her da kann man ja nicht wo bist du wo bist du oder oder keine Ahnung wo so wo Worte Park ist der die Schmerz 440 Holz ich glaub die ja ich glaub ich hab gleich auch 440 ne 52 wir können mal Sachen machen hier guck mal und so ein Ding hier ich brauche mir erst mal ein kleines Bauernhäuschen oder sowas ich baue mal Werkzeug oder altkalt kalt 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 immer noch ein kohle für mich das ist ja was interessantes das ist bestimmt und das ist so andere Dinger naja muss man mal gucken kann es trotzdem abband ich mache mir hier mal das Dach fertig war ich habe ein Block zu viel gebaut nicht naja das ist ja schon krass das ist richtig geil in dieser Welt finde ich ja ich ich fange mal ein Tagebuch glaube ich an hier das ist schon krass 3 und Bücher macht jetzt hat auch noch zu schweigen ja meine Füße werden kalt ja wo bist du ich bin hier in Soho fast in das Loch gefallen ich habe schon 13 Kohle ich habe hier eine Treppe gebaut ich habe mehr Dachmaterial also Erde das hört sich etwas Obstruß an ja bau doch mal so halt unter dem Schnees Erde aber doch mal Erde ab wow ich kann nicht mehr rennen ich habe auch noch wow ich habe auch schon gefunden hast du Hunger? ja ich glaube schon hier 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 da Er schmeckt aber gut. Oh, freut mich. Ich krieg auch langsam ein bisschen Hunger. Ja, da hab ich schon zwei. Ich hab langsam kein Hops mehr. Ich guck mal, ich hab noch 43 sogar. Dann baue ich hier ganz schnell alles voll. Wir brauchen hier ganz schnell eine Hütte. Egal welches Material, Hauptsache Material. Als ich an den Seiten gehe, können wir ja auslassen. Ja, genau. Ich mach das erstmal so, dass wir da gerade runterpassen. Sonst vielleicht... Nein, es ist blöd, sorry. Stimmt, äh. Ich baue schon mal was an der Werkbank hier wieder. So, vielleicht hier noch... So, vielleicht eine Truhe oder so. Ofen. Ich hab einen Ofen gemacht. Ähm, Bauduch auch mal fackeln. Fackeln, klar. Klar, fackeln müssen wir ja auch aufbauen. Das hat ja auch in der Internetanleitung. Ja, ja, wie es geht. Klar, ja. Ja, hell. Endlich. Das ist doch ein schönes Leben. Mhm. So, möglich. Ja. Was ist das da? Ja, eine Tür. Gut. Eine schöne Holztür. Äh, gibst du mir auch mal Holz ab? Ich muss noch ein bisschen da oben bauen. Ich hab nur noch zwei. Okay, dann baue ich hier die... Lass doch ab. Du kannst doch das hier abbauen. Ich baue doch gerade hier ab. Nein, hier nicht. Hm. Jetzt setzt die Decke einfach eins höher. Ich weiß, es ist nicht gerade das Schönste, aber... Stopp! Ganz kurz, kleiner Cut. Acht Minuten schon. Okay. Weiter. Äh, jetzt weiter. So. Das hat gerade so ein bisschen gehakt oder so. Keine Ahnung. Ja, das kommt ja auch als Warnung in der Anleitung, dass es... Dass man nicht zu lange drin bleiben sollte, sonst... Wie ist es langweilig oder was? Ich weiß nicht mehr, aber es kann auch... Steinschwert. Ich hab ein Steinschwert. Würdest du das wohl brauchen, weil sie gegeneinander kämpfen wollen? Wer nicht, ne? Doch. Das ist doch ein Monster, ein Monster, ein Monster, weg hier. Ein grödes Monster mit 8 Beinen oder 4. Ich dachte, es ist eine Spinne. 4. Ich guck mich mal her. Da vorne. Ich will nicht angreifen, es ist ein ekliges Monster. Boden. Ah! Ein Skilett mit einem Bogen. Ein Skilett, ah! Oh, schon wieder Hunger. Ich sperr mich nicht auszutrotzeln. Puh. Wo ist das eklige Monster? Das eklige Monster ist da vorne. Wow! Alle beschossen. Da, 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 da. Ich muss mich rein, lass mich rein. Puh. Oh mein Gott. Da ist das Monster, das Gerät Monster. Da, 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 da. Da sieht man es ein bisschen. Nicht da reingehen. So etwa. Da wolltest du das Skilett drin fangen. Ich nehme Schaden, also... Du weißt, was ich meine. Ja, ich habe es getötet. Und ich kriege auch so eine Leiste hier voll. Ich habe keine... Und ich brauche Äpfel. Ja, das ist das Einzige, was man essen kann. Ich habe einen Pfeil bekommen. Hm. Ich habe einen Knochen bekommen. Hörst du mich noch? Ja, ich höre dich. Auf jeden Fall. Gut. Ich glaube... Ah, hier, eine Tore. Ich habe eine Tore gefunden. Also... Gebaut. Gefunden. Ich tue da alles wertvolle mal rein. Also alles. Ich tue alles außer das Schwert rein. Das Schwert brauchen wir auch. So Monster töten. Das ist das grüne, ekelhafte Monster. Bah, zwei, drei, vier. Bah, das ist das, was, was, was ist das? Es zischt, es zischt da. Es ist explodiert. Oh mein Gott. Lass mich machen. Mach die Tür mal zu, das... Ja, ich bin nur noch draußen. Nein. Mach die Tür wieder zu. Ich komme jetzt unter die Erde und mache quasi so einen Schlafraum oder sowas. Ja, ich... Ja.